hey das geht ab der darf spielt die ganze nacht DÖ-DÖ-DÖ-DÖÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ-DÖ So, mal schauen, was hier passiert ist? Nichts? 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 Ach ... Nein. Hiiii. So ... ...zzrr... ...d zeros ... Auf mein ... ... wunderschönen Morgenstern ... Ja ... ...mein Morgenstern ist das Beste ... Aaaah ! Jawohl. Hattest du's gelohnt? Da geht's auch nur bergauf! Hm... Na gut... Okay... Hier geht's aber ein interessanter bergauf, glaube ich... Vielleicht hätte ich doch einmal den anderen Weg erstmal gehen sollen oder so... Vielleicht ist aber, wenn wir hier lang gehen, das ist genau das gleiche, wie wir da lang gehen... Ha? Ha? Hilfe! Nicht die vier! Nervt fast! Wir sind jetzt auf der anderen Seite! Ha? Was steht jetzt hier auf dem Sinne vor? Wasser aus dem bösen Mana-Baum verwandelt Menschen! Ein übler Teufelskreis zwischen Energie und Mana! Äh... Also... So kann man auch noch auf die letzten Meta-Story reinbringen! Ach, dass wir hier auch noch ein paar Worte kommen... Nervt ist, ich kenne diese Stelle! Klappst Das ist klar! So, wir schon trotzen hier erstmal ein bisschen weiter um, bevor wir anfangen in die nächste Ebene zu gehen. Äh, irgendwie hab ich das Gefühl, ich kenn diese Stelle hier schon. Wenn jetzt hier... Äh, Hilfe! Also, so viele Wege gibt es hier, glaub ich, auch gar nicht. Wenn man sich nicht gerade selber verwirrt, dann ist das hier, glaub ich, schon recht einfach. Oder einfach, kann man sagen. Hey, Level Up! Sehr gut! Dieses Mal gehen wir auf Immun! Juhu! Damit wir ein bisschen mehr Lebenspunkte, Verteidigung und so weiter haben. Hm. Gut, weiter bergauf! Ich mag keine Pferde, die durch die Gegend fliegen. Ich muss die Hände auch nicht. So. Mal gucken, ob es hier wieder irgendwo irgendwelche lächerlichen Geheimdiensten gibt, die mich eigentlich nur im Kreis führen. ... ... ... ... ... ... Na gut. Gehen wir erstmal einen anderen Weg. Verschlossen! Ach. Kleinen Moment. Schade! Da denkt man, man kann sich mal ein bisserl durch die Tür... äh, durch den... ... Raumprogramm... Ah, ah. Ist nicht. Du hast mir nichts zu suchen. Das ist mein Turm. Ach. Gut. Nö. Machen wir nicht. Gehen wir erstmal hier lang. Hey, ne Kiste! Drachen gefunden! Wuuu! So. So. Sehr schön. Wieder ein bisserl Rissi mehr. Na, 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 na. Mal gucken, was das hier nennen geht. Da ist er da lang. Oh, toll, das hat sich gelohnt. Der Gamer-Ritter mit dem rostigen Schwert wird geprüft. Dem wahren Gamer-Ritter soll das legendärische Wert überreicht werden. Ex-Kalibur. Ich glaube, jetzt wissen wir zumindest, warum wir mit einem rostigen Schwert durch die Gegend spazieren. Nur gut, dass wir das Schwert nicht aus dem Stein ziehen mussten. So, wieder einmal zurück, dann hängen. Ach stimmt, genau, kriege ich mich ja durch. Ja, solange ich fälsch bin, erzähle ich ein bisschen was über mein Leben. Ist sehr unterhaltsam. Gut, das kann schon wieder weitergehen. So, hey, wo sind wir denn jetzt gelandet? So, schauen wir uns hier auch nochmal ein bisschen um. Da lande ich. Nicht. Kann nicht noch mehr tragen. Sag mal, hier. Jetzt kann ich hin auf einmal her. Habe ich euch erlaubt, hier zu existieren? Egal. Äh, bitte. Cool. Ob man so gut schlafen kann? Na toll. Da wuselt ein Gegner rum und ich fange an, hier einzumicken. Ach ja, er könnte mich ja im Schlaf töten. Hm, nein, das macht er nicht. Der ist doch ganz lieb, der böse, böse Mann da. So. Oh, cool. Zwei Level-Aps haben wir in der ganzen Zeit gemacht. Waaah. Na gut, ich schlafe da nochmal eine Runde. Oh, ein Limpfen kam so mir abgezogen. So, und weiter hoch. Was ist denn? Öffnet sich. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Magie. Gib mir Eis. Gib mir Wutsch. Toll. Ganz, ganz toll. Warum wachsen auch in einem, in einem Turm Bäume? Kann mir das mal einer erklären? Ich verstehe dahinter die Logik nicht. So. Au. Ah. So. Nun aber. Nun muss es aber. Nun muss es aber. Bling. Na komm, bewegt dich nochmal ein Stück nach unten, bitte. Damit es so richtig liebenswürdig zu dir sein kann. Dankeschön. Und weiter geht's. Ich hab noch die Axt. Verdammte Axt. Und jetzt ist die Tür auch verschlossen. Na na na. Wie soll das anders sein? Gut. Nutzen wir halt eben nen Schlüssel. Wir haben ja so viele davon. Oh toll. Vanduul wird bald fallen. Unsere letzte Hoffnung der Höhle bei den Wasserpälen. Hoch lebe Vanduul und unser Kind der Hoffnung. Du mich auch. Aufsindungen der Höhle. Oh. Na na na. Komm. Durchsindungen. Ich gebe dich da hoch. Oh. Was haben wir hier? Ich weiß was wir hier haben. Wir speichern mal einmal. und hier beende ich auch diese Runde wieder. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, weil dann kommen wir nämlich zu einem Boss-Kampf. Haha, danach kommt ein Boss und ihr dürft ihn jetzt das nächste Mal sehen. Hahaha, Ärger, Ärger, Ärger. Hehe.